Herzlich Willkommen liebe Leute zum neuen Part von Let's Play Kirby Star RDS. Sieht ganz so creepy aus, das was uns jetzt hier erwarten wird. Ich bin gespannt, wir stürzen den Gleis rein. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Und ja, das Level hier sieht interessant aus. Mal sehen. Also ihr habt ne Art was einen ist, ne, wieder ohne Fabi, das heißt das muss jetzt alleine hinbekommen. Aber ich denke mal, das bekommen wir bei dem Level auch noch hin. Okay, hier öffnet was und da muss man, ich glaube jetzt alle Sterne an sein. sammeln. Ich bin nicht, wer das Vorteil hat vorhanden, selbst wenn man dies tut. Genau. Und jetzt setzt ich da rein. Ah, er wird bei einem Automatisch so ein... Ah, das sollst du aber auch... Ne. Okay, jetzt kommen wir sowas her. Okay, die können wir irgendwie auch nicht Freunde werden. Why ever? Ich find's sehr interessant. Ah, das heißt, er kann's und er könnte das theoretisch ab... So, stop. Ich will nur wieder Freunde. Also... Der ist irgendwie selbst weg, oder wie? Naja, bei einem Freund haben wir immer zum Eingesammelt. Und nochmal, ich hab, wie gesagt, keine Ahnung. Ich hab wieder eines heimbehoffentliches nicht als Freund erden können. Das ist einfach so. Und wir akzeptieren es und hier müssen wir ein paar. Hui. Wir spawnen ja einige von diesen... Alles klar! What the heck? Was hätte man uns dagegen machen können? Danke, Pro. Ich hab nämlich gerade... ...nicht so wirklich viel, was ich dagegen tun kann. Und wie kann ich das Rest nix tun? Bis auch weitergehen. So, wieder da... Den... Das heißt, er... Will ich eigentlich nur als... ...Freund haben. Ah, jetzt auf einmal kommen wir den ja auch als Freund nehmen, oder wie? Interessant. Und selbst, wenn ich selbst hier wieder ein bisschen mehr an Power bekommen... ...Freundes-Power, aber ich glaub, hier gibt es sonst keine... ...Freunde mehr, oder? Wie man so... Kann ich jetzt hier den eins... Ging auch, sehr gut. Oder auch nicht, was aber auch immer. Ich kapier's jetzt nicht, aber... Sei's drum. Wir gehen einfach jetzt hier rauf. Was sind so vier? Was soll ich denn hier machen? Ich drück das Ding... Achso, man muss gedrückt halten. Äh... Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Eigentlich möchte ich auch nur... ...die der Typ hier als Freund hier so, aber... Er ist halt hier. Nächster Versuch. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich drück das Ding ja nach unten. Was will ich jetzt machen? Ich brauch das Beispiel gar nicht abgeben. Ich bin so tapfer, Moment. Hä? Mein Gewalt jetzt von mir. Ich halte das Ding nach unten. So. Okay, jetzt müssen wir so 14. Kinder, sie wollten noch Freunde. Danke. So. Da ist du das Ding. Okay. Oh, okay. 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 Was muss man jetzt hier machen? Bin das dumm? Alles klar. Ich habe jetzt von Storst Knüppel nach oben gedrückt. Und ich habe nicht den, ähm, Diktor gedrückt, aber okay, auch in Ordnung. Was kommt denn anderes wieder? Stunt? Und das war's, heiße. Ja, geil. Bringt's auch so richtig. Lel. Da muss man vielleicht springen. Brrr. Kann der der große Kreis springen? Ich weiß es grad gar nicht. Hä, what the fuck? Ich kann ja wissen, wo der mit X irgendwie springen. Alles klar. Es druckst für X, aber verraten kann. Was? What the fuck? Hä? Was? 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 Na? Das war eigentlich schon so simpel ne Gesäste von... Näh? Näh? zal Minuten? Wenn wir jetzt einfach ne halbe Stunde sitzen werden. ich sag's voraus die letzten level haben es halt die menschen was mit mein inkompetenz verhältnissen zu tun hat immer das wäre das geht weiter aber jetzt hat so in jedem quest heißen bewusst sein lassen gehen einfach weiter und schauen was uns hier wohl jetzt von spaßiger geiler pass erwarten wird okay gehen wir mal meine kollegen so was kommen wir jetzt wieder vertreten spaß hast du in den boobies ich will einfach random irgendwie beim bomben hinschlagen in der hoffnung dass ich irgendwie es richtig mache einigermaßen hab auch gerade leistungsfall verlieren wer eigentlich mein team ist und wer jetzt hier irgendwelche random gegner offensichtlich sind ich habe keine Ahnung okay ich kann auch nur gegen diese leere Wand mehr weniger werfen das ist überhaupt nicht ohne Tick hier haben wir mal die richtige Richtung ist Tandensell ich will distanzieren ist vorteilhafter so und so so hier werden meine kollegen von zwei seiten bedrängt und ich komme von zwei seiten und probiere um es jetzt diesen typ mir so stellen und weiter geht's wir sind weiße lang geht es halt vermutlich nicht mehr vermutlich keine Ahnung Scheiße okay dann dringst du mich weg out komm ich bin auch noch hoch genau und hier müssen wir jetzt wieder diesmal richtig drücken und sich von der komischen Anzeige random verwirren lassen dass er nicht so vorteil hat und nochmal unsere Herzens POWER die wir so so hatten in unserem geilen tollen Freundeskreis und wir werden es damit probieren und irgendwie habe ich das Gefühl aus ob wir jetzt nicht das genau dasselbe doch so mal gemacht hätten aber ein bisschen anders ist das dann nämlich doch so jetzt haben wir erstmal was in der Satzdrohne drin ist und sammeln wir das Socks ein und hier und hier ui jetzt sind wir das Elefable Level alles das dachte ich wollte es noch ein Bass oder sowas kommen ok ok interessant oder vielleicht ist das hier hm hmm hellen im fernall also es sieht interessant aus und ich glaube hier werden noch ein paar irgendwie wird es noch ein bisschen was kommen so naja das glaube ich hier auf jeden Fall werden wir uns in dem Terminus Kalis werden wir uns im nächsten Part von Kirby Stylis anzauern und spritz morgen jetzt bedanken wir uns ganz herzlich bei uns hohes hauen macht's gut bis zum nächsten mal ha gehabt's euch gut und ciao